Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Siege of Dragonspear. Ja, wir sind im Blutrindenhain angekommen. Suchen hier noch nach Zeug und Gedötze. Aber erstmal wollten wir hier dieses Buch lesen. Verkultes Tagebuch. Dieses großverdeckte Tagebuch beteiligt über das tägliche Leben der Frau eines Jägers wieder. Beim Durchschnitt an der Seine wird deutlich, dass sie wenige Freunde hatte, die sie hatte und noch weniger glückliche Tage. Sie spricht mit viel Liebe von einem Sohn. Spätere Einträge beschreiben das Verschillen des Jungen und sein Wiederauftauchen, Monate später. Zuerst klingt die Frau überglücklich, doch dann bald besorgt und ängstlich. Er ist seit Tagen nicht herausgekommen. Ich mache mir Sorgen um ihn. Diesen Schatten des Kindes, das ich eins unter meiner Brust trug. Er geht nachts häufiger raus und letzte Nacht sah ich ihn im Schutz der Dunkelheit mit Glutflecken auf seinen Kleidern zurückkehren. Was macht er nachts? Ich habe Angst um ihn. Die letzten Einträge sind weit weniger zusammenhängend. Ich glaube, ich bin verrückt geworden. Ich nehme kaum wahr, wie in Nacht und Tag vergehen und alles tut weh. Oh, diese zermürmende Möglichkeit. Ich schaufe kaum und ich bin verwirrt wie benommen. Er ist wieder im Keller. Er kreischt und zerkratzt mit die Wand. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte, aber er ist mein Kind und ich muss aushalten. Ich muss doch, oder? Okay. Klingt so, als ob es ihr Kind zum Dings geworden ist. Das will ich nicht mitnehmen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Als ob es ihr Kind zum Wehrwolf geworden ist. Auf jeden Fall ist hier unten ein Wolf gewesen. Pfeile durch Bohrung. Hm, nett. Muss übrigens bald mal wieder Pfeile hier rausholen. Dann nehmen wir einfach die Pfeile durch Bohrung. Die sind nämlich plus eins. So. Wie sieht es bei Safana aus? Okay. Dann machen wir es so. Und er ist kein Wehrwolf. Er ist ein Vampir. Okay. Hey. Be direct. Yes? okay und vergiftet ja schön nicht schön okay dann gehen wir noch mal hier ihr braucht nur zu fragen wie kann ich helfen könnt ihr euch mal anständig bewegen danke menschenskitter oh diesmal waren es nur Pfeile plus 1 interessant teilweise wollen sie stacken teilweise nicht genauso wie die drei feuerpfeile hier jetzt scheint sie richtig gesteckt zu haben diese reihe vom wildfester sind längst leer aber es war kein wein darin eine schwarze getrocknete musste unbestimmter art bedeckt den dinger okay sag mir übrigens bitte dass ich die spieße noch habe ja so ok worum geht es diesmal ihr braucht nur zu fragen ja take it like a chance my aim is true wie kann ich helfen ich werde mich ab und drehen darum kümmern ich werde mich ab und drehen darum kümmern ok ok ich hätte erwartet dass ich ihn jetzt in seinem sarg ertäuschen könnte ok nicht toll äh wie funktioniert das hier ich verstehe wie kann ich helfen ha mein aim ist true wo nun geht es diesmal oh jetzt hat thorn das gift abgekriegt ja fight if you must but you are not winning this victory is no mercy for those who oppose us wie kann ich helfen ok die wölfe die kann man direkt einfach töten wie trolle ja die vorher drauf kommen können worum geht es diesmal ja ihr braucht nur zu fragen 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 ihr wollt ihr dass ich im gefängnis lande oder getötet werde wenn ich verhinde ich bitte unauffälliger erst mal fallen entfahren ja der hat einen kleinen schatz hier gewartet interessant ein hammer kleiner schild plus zwei und ein spalthammer pro treffer 15 pro chance der rüstungsklasse eine runde lang ein mails von news 1 zuzufügen aufgehoben durch rettung gegen zauber ne der ist auf jeden fall nicht besser der kann verkauft werden eigentlich ehrlich gesagt ist ja kein besonderer aber der hammer ne ne nicht wirklich risiko recht die die Oh ja, dass hier schon wieder Vampire hausen gefällt mir gar nicht. Wir haben es zum Glück dieses Mal ohne Lebenskraftverlust geschafft. Ach, mal wieder langweilige Käfer. Und ich sage nichts mehr darüber, dass Bombardierkäfer hier weniger schlimm sind als in Ice with Dale. Das fand ich mich jetzt gerade nervig. Die Leiche ist irgendwie noch ziemlich gut erhalten von der Frau, obwohl hier die Hütte schon lang nicht mehr zu stehen scheint. Mal sehen, was wir noch in dem restlichen Gebiet entdecken, sobald wir... Es gibt kein Dach über dieser Welt, doch den Himmel. Ja. Das war Dorn. Das war die Rache dafür, dass ich in der letzten Aufnahmesession diese Käfer als schwach bezeichnet habe. Habe ich gerade eben nur einen erwischt? Ja, ich habe nur einen erwischt. Ja, der mordende Schlürfer oder der watschende Kompost. So, was haben wir hier? Ja, ein Amulett. Liederer elementar beschwören. Ui. Stab der Furcht. Umklammerung vom Helm. Jene, die Helm den Wächter fern tragen, oft sein Zeichen auf eine Halskette, Brosch oder einen Ring eingraviert. Während viele dieser Gegenstände einfache Erinnerung daran sind, dass Helm immer wachsam ist, gewähren einige Gegenstände, die das Zeichen des Gottes tragen, ihren Trägern auch ein Minimum an Schutz. Das verringert den ETV. ETV.